Also, meine lieben Leute, da sind wir wieder, und ich gehe in die Kelle schauen, ob da tatsächlich eine Ratte herum ist. Ich befürchte es stark. Ich glaube, sonst haben wir nichts übersehen, da ist noch die Tür. Aha, das ist die, das ist die für die Kauer. Oder nicht? Nein, aber... Da, da geht sie rein. Ah, Geister! Die Reichen, ich werde sie nie verstehen, halten Ratten im Käfigen, wie Hasen. Sollen wir sie rauslassen? Wenn wir nichts tun, verhungern sie. Ich würde sie lieber verbrennen. Sie freizulassen wäre nicht gut. Stell dir vor, welchen Schafen sie anrichten würden, wenn sie ins Dorf zurückschwemmen. Schwimmen? Ratten? Wie soll das denn gehen? Oh, mach dir um die keine Sorgen. Das sind schlaue kleine Viecher. Schlauer als du. Hm, kommen sie dir nicht träge vor? Vielleicht haben sie die Grenze und der Gestank. Ja und ich möchte sie verleiten, ich will die ganze Zeit hin. Ja, da muss ich mich versiegeln. Ja, sie werden ich. Ich war das nicht in Baden. Ja, ich kann es nicht ein Verlegern. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht mehr so gehen. Ich kann es nicht mehr so gehen. Ich war recht gut. Ich kann es nicht mehr so gehen. Jee, ich vermute da fürchterlichs noch. Einmal ragt. Danke schön. Einmal ragt zu. Okay, ich glaube das wäre es gewesen. Eigentlich vermuten, dass hier noch etwas als Rattenveich kommt. Das alles mutiert, irgendwie. Abgeschlossen. Okay. Kann ich da nicht? Gell, nicht? Muss da nicht. Aber ein Versuch, ein Zwerg sein. So ist das alles. Müssen wir die Gebäude zu diesem Graham bringen. Und dann muss er diese bestatten. Dann kann sie irgendwann verzeihen. Was ist das für eine, der Graham, du? Es sieht gut aus, dass uns die Masse spiegelt. Super. Es sieht super aus. Es sieht super aus. Okay. Wieder zurück. Ah, da hat es ein Brötchen. Was ist denn da noch? Das können wir noch gut schauen. Das können wir gut schauen. Wenn wir schon mit dem Schiffchen unterwegs sind. Wenn wir schon mit dem Schiffchen unterwegs sind. Können wir das schauen. Wenn wir dann zu schauen. Ach, da kann ich auch nichts verantworten. Von den Spitzen. Selber durch. Outsch. Haben wir nichts gemacht? Da muss ich noch ein paar Monstern getrösen. Nein, ich glaube es nicht. Ich mache Horti safe und dann möchte ich noch Horti schauen, was wir da alles gelautet haben. Ein Schwert hier, das wollen wir dann gleich verkaufen. Aber Händscheiben noch. Und was wir natürlich machen können, ist jetzt den Schatzjäger anlegen, weil wir eine Stufe aufgestiegen sind. Cool. Cool. Und was haben wir noch? Neu Grad der Langschwert. Oh du, das hätte 78 Schaden. Das ist doch nicht schlecht. Aber eh, ich warte noch. Mit dem. Ah, und eins habe ich noch bekommen, Armbrust. Die ist schlechter. Und die ist Stufe 10. Stufe 10 Armbrust. Und der Balzen. Stufe 9. Super. Cool. Äh, wie sieht die Rüstung aus? Das ist die. Muss man die noch reparieren? Nein, die. Meine Hose. Nein, es scheint alles noch gut. Es scheint alles noch gut. Aber. Es kommt nichts. Oh, das könnte ich rein tun. Die, das kann ich rein. Ich, das kann ich rein. Die, das kann ich rein. gekommen. Nichts besonderes. Eigentlich nichts besonderes. Ja und ich, eine Trankviola. Was ist eigentlich mit dieser Spitze aus? Nichts. Hm, ja, schauen. Also, gehen wir ins Boot. Oh, da liegt noch Leiche. Plündern. Salpeter, das kann man gerne brauchen. Salpeter können wir gerne brauchen. Ich werde da gleich noch etwas schauen. Vielleicht liegt da noch in der Kiste oder so etwas. Ja, es sehr gut zu sein. Super. Ah, ich kann ja, Leute. Das ist neu. Ich bin ein bisschen. Sieh mir die Pötli vor. Jetzt gehen wir mal schauen, was das auf der anderen Insel noch ist, da vorne. Sieht gut aus mit den Wassersplitzern auf dem Bildschirm. Sieht super aus. Oh, was ist denn das hier? Oh, cool! Oh! Oh, was ist denn das hier? 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 Oh, was ist das hier? Und das ist das hier? Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Aha! Gehäle, gehäle, gehäle! Der hat mich fast ein wenig überrascht da, von allen Seiten sind er gekommen. Schau, beschmiert er noch die Hitze. Versunkenen Trauen, oh! Versunkenen Trauen. Musik ist ja absolut, absoluter Sound. Witsche 3. Ehrlich. Eine kleine Insel mit Ruinen oder eine Brücke aus roten Ziegeln, das ist der Ort. Es sind noch Spuren von meinem Lager auf der Insel. Ich werde die versunkenen Ruinen durchkämmen müssen. Dort ist eine Truhe zu sehen. Ah! Ah! Prostiges! Skellige Schwert! Ja! Ja! Ist das alles? Nein, nein! Das ist sicher irgendwann noch etwas da. Das war ganz sicher noch nicht alles. Das geht mir nicht. Auf gar keinen Fall war das alles. 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 So! Aber das ist sicher noch nicht alles gewesen. Eine ganze Sache ist da hinter. Wow, das ist cool. Das ist cool. Wow. Oh. Die muss ich verräumen zu ihr. Wie geil ist das? Lecker, wie geil ist das der Machter? Nein. Was willst du? Jetzt ist es im Ernst. Oh, geil, kommet. Oh. 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 Oh, komm. Oh. Oh, komm. Wait. Oh. 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 Leck, ich bin mit dem Gerald und tauche da, das glaube ich fast nicht, ist das cool. Hey! Oh, es ist knapp, du... Oh, komm! Komm, jetzt verrutsche die. Komm mein lieber Freund, komm. Ah, du bist dann ein Keib. Komm, jetzt kommt er, komm. Komm, jetzt kommt er. Ah, holp, holp, holp. Hump? Rideon? Ah, du bist ja gesund! Ah, so! Aha! So! Das fängt! Das ist cool! Jetzt kann ich auch noch looten, etwas dumm wahrscheinlich. Wir können ja bis dahin gehen. Wir können ja bis dahin gehen. Das muss auf allen Fällen da unten noch etwas an. Also von hier bin ich gekommen. Ist das richtig? Nein, da hat es noch nicht. Von hier bin ich gekommen. Genau, also, jetzt gehen wir nochmal von hier auszuschauen. Schön systematisch, ob es wir machen. Achtung und dann gehen wir links durch. Exersinn brauchen ein wenig. Links durch. Hier hat es etwas. Wurde ich auftauchen. Ui, da hochgerollt. Also hier unten die Kiste. Zwei sogar. Da war auch noch eine. Da war noch nichts hier. Ja. Ja. Duos. Auch nehmen sie. Ja. Jetzt da eigentlich eine Nebenquest. Schatzsuchen mässig. Versuchen nicht zu trauen, ja. Ja. Jetzt tue ich mal gerade. Gerade. Ah, jetzt sehe ich sogar einen Kreis. Und ich muss suchen. Ja. Es ist alles super cool gemacht. Herrlich. Dort ist etwas. Ah. Hö. 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 Auftauchen, auftauchen. Was ist das gewesen? Arpeen oder? Irgendwas doch etwas. Das ist noch nicht klar, heim Ah, Zeitwein Ah Schwert, das war ein Geil Schwert Weisst du, das war ein Schwert Ja, sehr geil Ein Hexenschwert 134 Schaden Kältenschaden, Chancen auf 1 Fassung eines Schwertens Ich will ja noch die 3 Runen drauf tun Cool Rüste ich gleich aus Es sieht geil aus Aha Ah, das ist für Dings Ok Aber ich brauche jetzt gleich zuerst Ich brauche jetzt gleich zuerst noch das Wow, das ist cool Äh ja, Geralt Geralt Also, meine lieben Leute Ich mache hier einen kurzen Schnitt Sollte ich gleich mal rote schauen Wie das so ausgesehen Ja, Scheiss Das ganze Scales Teil Cool Also Dann verabschiede ich mich noch Und dann im nächsten Im nächsten paar Dann gehen wir die Überrestungen zurückbringen Und Moment, schnell Genau Ein tunvoller Rat Und das dann Die Annabelle Überrestungen zurückbringen Für dass sie Für dass sie den Graham begraben kann Und alle ihren Frieden finden Ok, dann bis Tschüss Ich bin Tag 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 Bis zum nächsten Mal.